Am Samstag, den 2. September 2023, fand am Sportplatz das Aske Korkisch Rotenturm im U8 und U9 Turnier statt. Gut organisiert und mit vielen helfenden Händen war das Turnier ein Erlebnis. Bei der U8 waren folgende Mannschaften dabei. Die Regeln bei der U8 sind, die Spielzeit beträgt 15 Minuten, gespielt wird mit 3 Spielern auf 4 Tore. Ein Wechsel ist jederzeit möglich. Zwischen den Spielen sind 5 Minuten Pause. In unserem Bericht zeigen wir Ihnen jede Mannschaft und ihre Spiele. Dieses Mal fangen wir mit der U8 an. Im ersten Spiel, das wir Ihnen zeigen, spielt die SPG PUNITZ gegen die SPG KIKOBA. Die Geräusche, die sie während des Spiels hören, sind wertvolle Anweisungen des Trainers. Super, super, super. Super, super. Jakob, zurück auf Tor. Super, Leo. Timo, pass. Timo. Jakob, hol den Ball. Moritz nach vor, Moritz nach vor. Timo, zu Leo. Leo, mach. Super, Timo. Gut. Jakob, Jakob, geh weg ein bisschen für. Super, super. Timo, blau hart, zurück. Bin nach vor, bin nach vor. Jakob, geh auf den Ball drauf. Geh auf den Ball drauf. Dieses Tor zielt nicht, da es von außerhalb der Markierung geschossen wurde. Also, du musst erst in die Zone treiben. Geht schon. Leo, hebt weiter an Benni. Timo, weiter. Benni muss nur noch über die Markierung. Timo, weiter. Schuss und Tor. Gut, gut, Benni. Jetzt schon Moritz Triebel von der Mitte weg. Jakob, Konzentration und warten, lass ihn rausspielen. Warten. Und, geh schon drauf. Benni, was machst du da vorne? Du bist da hinten. Jakob, warte, bis er raustriebelt. Benni, hinter dir. Jetzt drauf, Jakob. Gut. Hol dir, Jakob. Jakob, hol dir den Ball. Noch mal. Benni, zurück da. Wie ist das? Ja, und auf ihn. Drauf, Jakob. Auf den Ball. Hol den Ball, Jakob. Und eine. Geht schon, gut. Benni, dribbelt rein, bitte, vorm Eck. Grün hat die Vorrede. Warum muss ich die ganze Zeit durchstehen? Du sollst den Ball holen und reintribbeln, bitte. Von der Ecke. In Torverteidigung. Jakob, in der Eckball ist. Eckball ist, von da, komm her. Benni, reintribbeln. Von der Seite, da. Dribbel rein, Benni. Dribbel rein. Abschluss. Gut, Benni. Geh mal, Moritz. Raus, Fynn, raus, Fynn. Geht, Dimo, komm. Okay. Du bleib drüben, Leon. Benni, pass zum Leon. Super, Leon. Und zum Jakob. Und zum Benni. Weiter, super. Jakob, geh zurück. Jakob, geh zurück. Gut. Jakob, erhofft den Ball? Und hoher. Jakob, Benni, rüber da. Bisschen weiter zurückgehen, Benni. Warten, warten, Jakob. Und draufgehen. Jakob, und das ist das nächste Tor. Jakob, zurück, weiter. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Lass ihn raus spielen. Und das nächste Tor durch Jakob. Jakob, wo ist das Ball? Benni, zurück, schnell zurück. Hinter dir, Benni. Super, super, Benni. Warten, Jakob, und draufgehen. Ah, blau ist. Ja, wenn da ein Spieler da ist. Jakob, geh weiter zurück. Und draufgehen. Super, Benni. Hol den Ball. Ball. Nur einer. Weiter, hilf ihm. Okay, blau hat den Ball. Leo. Du gehst auf den Ball, Leo. Komm auf die andere Seite. Benni, du deckst das Tor ab. Drausgehen, Leo. Leo. Jakob, du gehst hinten. Schau da hinten. Drausgehen, Leo. Let's go. That's so good. Timo, komm her mal. Donnie. Donnie, links, okay? Getcha. Draus, dribbeln. Und geht zu lassen. Box allein, Leo. Box alleine. Leo, hol den Ball. Jakob, geh zum Tor zurück. So. Toni, Tor verteidigen. Pass zum Pin. Pass zum Pin. Gut, Leo. Attachieren. Blau hat. Moritz, nach vor. Leo, äh, Benni, zurück da. Jakob, du gehst auf den Ball drauf. Wenn er herinnern ist. Und draufgehen. Und? Toni. Gut, Benni, weiterbleiben. Toni gegen Benni. Benni, erhober den Ball. Schuss und Tor. Schau. Schau. Gut, Benni. Jakob, zurück gehen weiter. Lass es auserspülen. Benni. Bella. Jakob, zurück gehen. Bella, Moritz. Geh mal. Jetzt steh jetzt vor. Nur einer, nur einer. Nicht alle. Geh mal, Jakob. Pull der Ball. Gut, blau hart. Gut. Jakob, zurück weiter. Schau, Benni, lau mit dir mit dir. Jakob, zurück. Pull der Ball, Jakob. Scheiter, Pass, Finn. Das ist eigentlich ein engen Tor. Ja, ist in Ordnung. Jakob, komm her, Finn. So, nechst du, Jakob, komm raus. Benni, du gehst durch die Sturm. Nichts, du bleibst da hinten. Okay? Du bist vorne in die Sturm, ja? Jakob, du bist rechts, okay? Ja. Okay, und los geht's, Benni. Gut, Benni, sehr gut. Pass, pass. Geh mal, Jakob. Geh mal, Jakob. Benni. Noch immer Benni. Und das nächste Tor. Gut, Benni. Drauf gehen, Benni. Drauf gehen. Ja, und Nick, hol den. Der Kettier, komm Nick. Immer Moritz. Leo, du drübelst von der Mitte rein. partir. Und David, aufpassen. Er hat jetzt ist geil bei Ihnen. Und der ist gleich bei Ihnen. okay. Ja, irgendwie. So. Nick, du kommst da rüber. Jakob, gib's los. Okay, geh los, Leo. Reintrebeln. Reintrebeln und pass. Leo gibt den Ball zu Benni. Schuss. Abgebremst durch Moritz. Aber Benni gibt nicht auf und hoher. Levy attackieren gleich, Toni mit mit dem, Toni mit mit dem. Und passen. Ja, super fahre es nicht, sehr gut. Ist schon in Ordnung. Alles gut. Zum Toni spielt, zum Toni. Passen bei Ihnen, der Leo steht. Leo, andere Tor rüber. Okay, nicht unter den Ball. Langsam. Super, sehr gut. Und Max bei Ihnen. Andere Seite, andere Richtung. Bleib bei ihm, Levy. Hol der Ball. Komm Levy weiter. Wegschüssener Ball. Super, sehr gut. Leo, kommst du mal raus? Levy, anderes Tor. Levy, andere Seite. Ja. Jakob, du stehst hinten. Jakob, wo ist der Ball? Dort bleiben. Und draufgehen, Benni. Andere ist Tor. Und pass nicht. Gut nicht. Jakob, rüber da. Benni, du musst auf den Ball draufgehen. Trieb rein, trieb rein. Trieb rein. Holt den Ball, Benni. Holt den Ball. Und weiter. Immer Jakob zum Jakob. Levy zurück, Levy. Und passen. Jakob, machst du alleine. Benni, und das nächste Tor. Jakob und das nächste Tor. Jakob und das nächste Tor. Wo steht der Timo? Hey. Gut abgefangen. Wo ist der Timo jetzt gestanden und was du am Pass hingespielt? Wo ist der Pass? Auf die Mulcherseite. Um Jakob. Ja, aber hast du nicht gesehen, dass du da hinstellst? Passt schon. Schau, der Jakob steht frei neben. Stell dich frei. Komm runter da. Steine, komm ein bisschen weiter zurück. Lass ihn rausspielen. So, passt schon. Jakob, Jakob. Timo. Timo, Timo. Timo, Timo, Timo. Warten, Benni. Warten, Benni. Warten. Timo, 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 Timo. Und los. Benni greift wieder an ... Und Tor. Gut, Benni. Benni, zwei Minuten nach, okay? Ja, zuerst Kufin, gell? Jetzt, Jakob. Nächste Aktion kommt zu Timo. Kufin. Warten, warten. Und das nächste Tor hat doch Benni. Benni, Jakob, geht weiter zurück. Warten Benni, lass dich wieder rote Linie. Und jetzt geht's los. Geht Jakob, weiter. Super, sehr gut. Super, Benni. Eckball haben Sie. Timo verteidigt das Tor. Links, nein drüben, das andere. Levi, du verteidigst das. Levi, das andere. Timo, wo stehst du beim Eckball? Genau. Jakob, rein trebeln. Reintrebeln. Eckball, Jakob und Tor. Läwchen. Läwchen, komm her. Läwchen, komm her. Läwchen, komm her. Warten, Benni, warten. Und jetzt. Warte, Läwchen. Komm her. Benni. Wechseln. 3 Minuten sind noch zu spielen. Benni, kommst du raus? Pass, Jakob. Super. Geht ja Timo. Hatten wir gesagt, wenn der eintrübelt, attackierst du ihn? Ich bin 3 Minuten. Komm mal auf. Ja, komm. Geht es weiter. Na, grün ist, oder? Blau ist, oder? Na, ich sag's. Gute Idee. Gute Idee. Jakob, wechsel rüber zum Leo. Wieder Eckball. Jakob. Und das nächste Tor. Jakob, geh da rüber zu dem großen Ort. Andere Richtung, Jakob. Ja, genau. Und drauf gehen, Leo. Und weg damit nicht. Ist noch da. Super. Andere Seite. Jakob, hinter dir aufpassen. Aufpassen, Jakob. Bravo, Timo. Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Ja, passt. Ja, passt. Passt, Jakob. Geht's nicht, oder? Wissere Pause? Ja. Eineinhalb Minuten jetzt da. Wissere Pause, ey? Für ihn kompieren, für ihn kompieren. So, komm her. Geht's ja schneller. Timo nach vorne. Spielen, spielen. 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 Rauschen. Du, Moritz, geschein. Ja, passt mit dir. Jakob, geh da runter. Nic, passt zu dir. Ja, wo ist viel weiter noch? Nic. Super, Pasne. Ab los, Jakob. Und das nächste Tor. Jakob, geh da hinten los an Leo vorne spielen. Können wir beide? Ja, warten. Warte, bleib raus. Jetzt ist eh gleich raus. Warte. Schau, der Toni. Gescheiter Passspiel. Und jetzt geht's los, Leo. Leo, und ihr erzielt auch ein Tor. Jakob. Warten, Jakob. Und los. Warten, Jakob. Warten, Jakob. Und los. Warten, Jakob. Warten, Jakob. Was nicht? 1. Ne, so geht nicht. Weil auch nicht. Okay, reintribeln. Nic. So, ein Team hat er dir. Passen. Passen. Toni kommt, Toni kommt. Jakob. Aufpassen. Nein, Trud. Opa, mein Trud. Und das ist das interessanteste Tor, Leo und Timo. Spielende. Im nächsten Spiel treffen sich Klaski von Rottendung. Rottendung gegen Iberau. Der Ball wird eingeworfen und es geht los. Levy mit Wett und Patrick und Hoa. Bravo! Super, Spiel! Bravo, Levy! Sehr gut, Patrick! Spiel! Lass aus, Fuby! Komm, Patrick! Jere, Patrick! Komm, Leon! Bravo! Komm, Fuby! Komm, Fuby! Komm, Levy! Komm, komm, komm! Und ist doch da! Beide Mannschaften kämpfen um den Ball. Levy und Hoa! Komm, Levy und Hoa! Hallo, Patrick! Patrick, möböntet! Möböntet az ember! Möböntet az ember! Triple Maza! Ez az! Menj vele, menj vele! Tied az! Gyerünk! Leon! Und hoa! Komm, Fuby! Komm, Levy! Komm, Levy! Ja! Komm, weiter, weiter! Und zurück! Legyedül, legyedül! Hoppo, Fuby! Komm, Fuby! Komm! Ja! Vöre, gut! Ja! Komm, Fuby! Füllen! Gyer, Levy, gyer, Levy! Tied lesz! Gut! Und er is bündelt! Ah, schade! Hallo! Picit ébredjünk fel! Komm, Fuby! Levy! Ne, lé, nét soweit! Nét soweit! Nét soweit! Nét soweit! Leon, komm, doda! Schau, Felix, da! Levy! Schépen, da! Tja! Komm, Luca! Come, Leon! Zurück, zurück, Levy! Komm! Zurück! Lévy! Freistell, 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 Tripple, Haza. Felix, Freistell, Freistell, Tripple, Haza. Geh'n Patrick, mit der Tölle. Berantt mit ihr, geh'n, da wird weg. Helfen, helfen. Mit dem Bubi, ja, bravo. Einer Tripplen, Draht, 4, Draht jetzt, Leon. 4. Nichts, Schirr, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Ja, komm jetzt, Bubi, ja. Fabian bekommt den Ball? Ja, komm jetzt, Bubi. Bravo, Bubi. Bravo, Borsche. Umbrain, umdrain. Lippen, na, undo, so viel, ich will. Levi, levin, nevönöte. Patrick, jinl, 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 jinl. Fubi, Bubi, mit gond? Ja, bravo, Patrick. Kom, na, gyer'in, lej' oda, Azaz! Komm, Leon, komm, Bubi. Spielen! Spielen! Und jetzt crossieren! Jetzt crossieren! Patrick, ein weites Schuss und das nächste Tor! Komm zurück, komm zurück! Komm noch kurz ein bisschen! Geh mit Patrick! Geh mit Levy! Komm Fubi! Geh mit Levy! 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 Super, Ivan! Bravo, Patrick! Nagyszerű, ez az, így kell végig menni! Nagyon jó! Hogy bennett, ott bennett! Patrick, vigyázz, hogy bevezesse a szögletet! Ivan, zum Tor! 9 trippeln! 9 trippeln! 9 trippeln! Bravo! Aline joggert den Ball! Vorbei am Gegenspieler! Und das nächste Tor! Ja! Lukas, Martin, Stefan! Und nochmal! Komm Wally! Komm Wally! Komm Wally! Komm Wally! Komm Wally! Komm Wally! Wolfsburg! 15 trippeln! Valey tietoi! Fernando reméli! Vיחange! 19 trippeln! akan! Komm Martin, komm Martin! Spielen! Ja, komm noch Martin! Komm, komm, komm! Kureine, Kureine! Komm Lukas, spielen! Komm, komm, komm! Komm Martin! Komm, Martin! Komm! Komm! Komm, Martin! Komm, komm, komm! Komm! Komm Stefan, anbieten! Freilaufen! Komm! Ja, komm Lukas! Aggressiv sein! Valentin! Valentin! So, vor, vor das Tor! Triple 1! So, Stefan! Ja, Stefan! Näher! Näher! Martin, wir stehen bleiben! Komm Lukas! Der Martin steht frei! Ja, Martin! Vor, vor, vor! Ja, komm Lukas! Ja! Komm Stefan! Das ist ein Eigentor! Ja! Super! Ja, 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 ja! Mach schon, mach schon! Komm, Mia, 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 Mia! Ja! Hoch dich! Ja! Du kannst nicht nur weglaufen! Umdrehen! Du kannst nicht nur weglaufen! Warte! Das andere! Das kannst du spielst! Na? Schau! Nicht im Tor stehen! Aus! Nawet! Eine, eine, eine geht! Martin, du bleibst! Und jetzt hat der Pirat! Leni, Valentin, Ivan, Androa! Komm Martin, attackiere! Bravo Luca! So, bleibt ein bisschen zu hohen. Felix wird von Fabian attackiert, Fabian erobern den Ball und Doa! Und jetzt kommt, jetzt kommt! Und jetzt kommt, jetzt kommt! Und jetzt kommt! Hey Leon, was war das für ein Pass? Eine Trippeln, jetzt brauchst du die Ecke nicht, eine schießen, Trippeln! Umdrehen, umdrehen, Mann suchen! Martin, Martin! Martin! Treppeln, Treppeln! Getcha! Martin, schau! Komm, du ruf, Martin! Komm, du ruf, Martin! Komm, du ruf! Komm, du ruf! Konzentrieren! Komm, vor B, komm, vor B! Ja! Dibli, zwei, zwei, drei, drei 3, drei, drei precis! So, wollen wir machen Martin, Lukas, komm, komm Martin. Bravo Lukas, bravo, bravo, bravo. Martin, geben Sie wieder aufrufen. Bravo. Dort sind wir unsere Bälle. Dort liegt zwei. Bereit, bereit, los. Nikas, Nikas. Nicht los. Lukas, komm, Lukas, Nikas, komm. Andere Seite, Fubi. Komm, komm, tecken, Nikas. Fubi, dort treffen. Wegball, Fabian und hoher. Bravo. Soll gegangen. Enged ki, Patrick. Enged ki. Aber ich soll gelaufen. Und dann gehen auch. Hey, Mandé, komm. Jere Wisszawele. Da macht der Patrick, gerry. Komm, Fubi, ja. Fabian gegen Felix. Bravo, Fubi. Das ist das nächste Tor. Super. Jois, und gelandet. Ja, abgerübt. Ja, abgerübt. Ja, abgerübt. Ja, abgerübt. Ja, abgerübt. Jersz. Jobban is mehet. 3 min. ulasziff in Afghanistan Almost Pew years ago. Angriff von Luca, Felix ist zur Stelle und fährt ab, Ivan, Fehlpass zu Fabian und das ist das nächste Toro. Komm Fubi, schnell, 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 schnell. Jetzt Martin, attackieren! Spielen, spielen, spielen! Zurück! Der eine, der andere, der andere. Stefan, drei! Spielen, spielen, spielen! Ivan, Leon, und Roi! Ivan, Benek, und Lukas! Komm Stefan, ein bisschen! Versuch, Karla, zu den Kuppen kann gehen. Vierer sind Kuppen, der auchם nicht. Wenn wir mal wieder nach Bremsen führen. Er hat zu den Kuppen, die ihmornoge? Keine Kuppen, eine Kuppen, eine Kuppen, ein Kuppen, ein Kuppen, ein Kuppen, ein Kuppen, einen Kuppen, schl×. Felix! Stefan, 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 Link! Und jetzt kommt Lukas, komm! Ja, Martin! Schön, Leon! Felix! Leon! Valentin! Und Oa! Bravo! Bravo! Valle, Valle! Luka, einen, komm! Zurück! Komm, Lukas, ja! Ihr habt... Komm, komm, komm! Wir haben uns! Komm, Lukas! Spielende! 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 Bei der U9 waren folgende Mannschaften dabei. SPG Oldendorf Oldendorf SPG Magdalhau Magdalhau SPG Stegersbach Oberdorf Stegersbach und Gastgeber Rotendurm Rotendurm Ein Spiel bei der U9 dauert 15 Minuten. Gespielt wird mit vier Feldspielern plus Tormann auf zwei Tore. Zwischen den Spielen sind fünf Minuten Pause. Im ersten Spiel der U9 spielt Rotendurm Rotendurm gegen die SPG Magdalhau Magdalhau So, auf beiden Plätzen sind die Mannschaften bereit. Dann starten wir wieder mit dem Spielbeginn. Tetscher Und Freistöhn, Luis Und bleibt vor, Luis Zurück zur Position Und drauf So Ruhig, Lui Elias Sehr gut Und Freistöhn Freistöhn Und Tetscher Jakob Jakob Gut, Luis Das war's, macht nix Janas, Elias wieder zurück Jakob Freistöhn Noch rüber Jakob Aufdäun Jakob Jakob Komm Janas Komm Janas Ja gut Ja gut Komm noch mal spielen Und jetzt Pass Geht schon Jakob Komm noch Jakob Komm noch Jakob Komm noch Komm noch Komm Luis Komm Luis Sehr gut Luis Super Und Pass Sehr gut Janas spielen Sehr gut, Janas Pass Und noch mal spielen Langsam 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 Wir haben erobert den Ball Gibt weiter an Valentin Der zögert nicht Schießt Und Tor Komm 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 Geht schon zu weh! Tim gegen Luis, Valentin und das nächste Trois. FILE! 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 Ja, schön! Lukas! 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 Wie passt ihr jetzt? Ja! Der damalige Minister. Ruhige! Die haben wir hier. Auf die Brille. Zurück her! Zurück, Verteidiger! Zurück. Kommen! Komm, Leon! Auf die Brille! Herzlich willkommen! ... und Christen! Ich bin ihnen. Ich will die aber nehmen. Ich! Ich will die nicht in die Tür nehmen. Jetzt ist er noch rein. Wir gehen jetzt in die Tür. Freistell, den Stehen, der ist klar. Gut für Marin. Elias? Noch immer Elias? Und Roar! Ja! 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 Komm, Leute! Komm, Leute! Schmeißen! 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 Und jetzt spürt. Elias. Vorbei am Liam. Am Stange. Konzki! 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 bullyon! Piccjo! Vielen Dank. Und zurück. Zurück. Beim Obststoß aus dem Sechzener. Freistell. Hier. Komm. Konstantin. Los, los, Jonas, komm. Komm, komm, Jakob. Ja, komm, Jakob. Darf ihr eine trippeln? Ja, komm, hier. Liam, abgewehrt. Nachschuss, wieder abgewehrt. Jetzt haben die Roten Turmau den Ball. Jakob, vorbei an David. Schuss und Tor. Ja, ja. Hannes, gut, ihr Kind. Gut, Hannes. Gut, Hannes. Gut, Hannes. Gut, Hannes. Gut, Hannes. Gut, Hannes. Hey, Leon und Jonas, es bleibt ein bisschen hinten. Gut, Hannes. Sch�ré, kam Jakob. Komm, Jakob. Komm, Jakob. Komm, Jakob. Viele! Schieße! Schieße! Jakob! Annehmen! Annehmen! Super! Hey, Sonti, siehst du, wie das geht? Super! Hey, Jakob! Du musst auf die Fiere gehen! Ja, gut! Ja, gut! An Jakob, komm! Spielen, spielen! Ja! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Jakob! Spielen, 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 spielen! Jakob! Einspielen! Jakob! Leon! Konstantin! Und Roar! Ja, gut! 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 Ja! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Jolas! Schieee! Schieee! Marvin? Liam? Und Roa? Zurück wieder Jakob! Okay! Leon, 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 Jonas aus. Louis und und Elias. Hinten, hinten, Louis, 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 Elias und Superleon. Elias, Elias, bleib durch vorne Jakob und Lukas. Louis, bleib hinten, Jakob, hinten bleib! Spielen! Sehr gut! Spielen! Spielen! So, Zeit hast, Zeit hast, Zeit hast! Du ist gut! Leon, Raubball! Schau! Schau! Schau da, da! Nicht ohne! Komm, komm! Komm! Annehmen! Konti! Spielen! 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 Und nochmal spielen! Ich bin gut! Ja, schau da! Schau, Freisto! Louis, genau! Du konstant! Genau, super! Jetzt spielen! Schade! Jakob, 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 Elias, bleib vorne, Jakob und Luis, bleib, Finster, hey, nochmal, nochmal, Konstantin, nochmal, vorne ist, Luis, du bleib, der Jakob geht mit dir, Jakob, hey, Jakob, mit dir, der Luis, bleib hinten, mit dir, mit dir, mit dir, und Zube, 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 Steig, Steig, Spiel, 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 Spiel Und jetzt spiel für den Jakob, und nochmal spiel, und nochmal, drei stellen, Elias, da her, schau der Elias, höfter, höfter, schau der Jakob, der Jakob, zu weh, nicht vorne stehen, spielen, gut was konnte, letzte Spielminute, ok Jakob, komm, 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 komm wie hier, wo die! Jakob, komm, 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 geh, komm, ging die Lissance, ach, ihr schild an, hey, warte, 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 Das kann passieren! Jonas, Jonas, bleib hinten bitte! Jakob, Jakob, bleib auch hinten! Geht schon, kommst du! Komm! Komm, Jonas, komm Jonas! Ja, komm, Jakob! Nicht ohne Furtrainer! Nicht ohne Furtrainer! Schlaf, komm! Riecher! Wir haben alle umdrehen auf Kamera! Spielende! Ja! Einspielen haben wir noch! Da trifft die SBG Olbendorf Olbendorf! Auf die SBG Stegersbach-Oberdorf Stegersbach! Dann starten wir wieder! Spielbeginn! Und Tor! Und Tor! Komm! Anstoße ich! Komm! Komm! gimmies eine. Zeigantes Head XVIII! Kommt rein! Los, Geiss! Chell vorne! Geh nur durch! 瞧ache kชier skinniert. Gehr hin auf. Schlaf. Wir hören auch! G violate! Refuß! Bleib." Jetzt die Kondos-Mühle. Vorne, du bist vorne. Vorne vorne und der gerütt. Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das Furt vom Träger? Was ist los, wieso läuft das, wieso睡st Maximilien, Vorschaum, Vorschaum! Schnell auf ihn, Schnell auf ihn! Schnell auf ihn, Schnell auf ihn! Schnell auf ihn! Schnell auf ihn! Maximilien, vorne! Derger, Peler! Gut, so geht's! Sehr gut, Raffi, komm mit Huren! Bleib drauf, bleib drauf! Maximilien, jetzt bist du drauf! Oh! Weiter geht's, weiter geht's! Schneller, schneller Position! Fehl links, Maxi vorne, rechts, Raffi! Warte, warte, warte! Raffi, Hurenpoll! Raffi, Hurenpoll! Hurenpoll! Raffi, Hurenpoll! Raffi, Warte, Burschen! Raffi, Hurenpoll! Lange, Hurenpoll! Von der Schnell auf ihn! Komm Maximilien! Schieß! Raffi, Hurenpoll! Gute, Hurenpoll! Bleib auf ihn! Bleib auf ihn! Schnell auf ihn! Tuh, Stopp! Bleib auf ihn! Schnell auf ihn! Peler,Gold, Haulpoll! Ura, Hurenpoll! Auf ihn! Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Bihal bremst den Ball, Fynn und das ist das nächste Tor. Weiter, schneller! Immer neben, weiter, weiter, weiter! Vieler! Und das ist das nächste Dauer! Sophia, Finn! Sophia, Finn! Sophia! Sophia! Super! Super! Nächstes Mal fangst du dann gleich an, gell? Sehr schön! Super! 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 Drei Minuten sind noch zu spielen! Super! 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 Maximilian, jetzt hast du! Servus! Maximilian, gleich weiter! Maximilian, jetzt gehst du! Maximilian? Knapp daneben! Da zeigt Maximilian seinen Ärger! Hey, komm weiter geht's, Maximilian! Erste, rechts! Maximilian, du bist vorne! Der Penar ist Verteidiger! Hey! Schlafsohle! Ja, Luker, komm Luker! Ja, Luker, komm Luker! Ja, Luker, komm Luker! Super! Vela, geht's gut! Raffael, Leo! Der schmess hinten auch aus! Vela, der bleibt weiter hinten jetzt! Maximilian! Ja, komm! Vor dem Fleck! Vor dem Fleck! Der ist los! Ja, der ist los! Du hast es doch! Du hast doch, du hast doch! Bist ja schmö! Lauf! Laut! Laut! Ja! Wir haben den Ball. Was zum Tone, was zum Tone schneller, was zum Tone, was zum Tone, was zum Tone, was zum Tone. Verteidigung! Maximilian, drauf! Verteidigung! Auf! Auf! Komm, Leo! Komm, Leo! Komm, Leo! Ja, so! Peter, geht's nicht? Nein! Ja! Verteidigung! Verteidigung! Echtmalig! Ne! Hattest du mich denn auf der Seinigung, aber das geht noch mehr von 10 bis 100? Hattest du mich denn dort auf der Tiersge? Hattest du mich denn dort auf der Tiersge? Ja! Hattest du mich denn auf der Tiersge? Am Ende des Turniers gab es für jedes Kind eine Medaille und eine Mannschaftsgottunde. Vielen Spaß bei der Siegerehrung! Siegerehrung beginnt! Bevor wir beginnen, möchte ich mal allen Spielerinnen und Spieler danken, die heute großartiges Spiel und ich glaube, dass es vom Publikum einen Riesenapplaus wert wird. So, dann beginnen wir mit 8 bis 7. Ja, das schaut jetzt gut aus. Ja? Als nächstes bin ich aufwärts ganz recht herftig mit einem gräftigen Applaus bei der Mannschaft der Spielgemeinschaft Bonitz! Ja! 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 auch ein großer Applaus für die Mannschaft der Spielgemeinschaft Bonitz! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an die Mannschaft der Spielemeinschaft Marc Allhau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass er da war. Vielen Dank.